Yo, was geht ab, Freunde? Jetzt kommen wir zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute sind wir einfach alle mal zusammen hier für eine Scooter-Session. Ein knackiges Weihnachts-Special. Ich hoffe, wir haben Bock. Wir haben sogar ein Special, wir sind heute am Start. Ja, Mann! Ich bin auch mal wieder am Start. Wir haben heute auch gerne am Start. Komplett neu auf meinem Kanal. Henry hat ja schon mit den Videos gemacht. Ich denke mal, ihr habt es gesehen. Ja. Alex und Danny kommen auch gleich noch. Ich würde sagen, wir starten aber schon mit der Session. Ich habe richtig Bock, richtig warm. Ich würde sagen, let's go! Ab auf den Redbox! Nice! Oh! Ja! Hä? Was? Freilich! Was war das? Heal! Full-Heal! Full-Heal! Revive! Aber ich habe leider das Deck zu scheiße gecatcht. Der sah irgendwie zu easy aus. Was ist das, Digga! Ver chatter! Da ist er! Da ist er! Nachher flärbar! Ist er auch! Oh! Grad! Ganz peck mich den ganzen Tag auf! Danke, Digga! Danke, Mann! Oh, Alex Snake wieder. Der macht ihn trotzdem. War das Whipped Triple Finger? Alter, kranke Kacke, man. Alex, du hast ihn komplett gesnaked. Ich weiß es. Aber sorry, ich bin jetzt auf jeden Fall auch am Start. Ich denke immer, ich komme gegen die Decke bei so einem Trick. Ist auch ganz knapp. Echt? Warum sagst du mir das? Jetzt habe ich noch mehr Angst vor. Danke, Digger, danke. So viel Stricks, ich suche mir einfach so einen richtigen Kacktricks aus. Schreiben wir jetzt Stricks unter, die ich nächstes Mal machen kann. Alex, Alex, ja. Weg. Was? Ey, mein Bart fühlt sich nicht so am Arm hängen geblieben. Ja, Mann, Digger. Nicht nur am Arm, ne? Was? War das 1.10 der Deck? Naja, unbeschreiblich auf jeden Fall. Okay, nice. Gut, dann würde ich sagen, ich schaff den schon irgendwie. Hä? Hä? Was war das? Whipped Butter Whipped. War das Whipped Butter Whipped? Ja. Halt das aus. Ich bin der nächstes Mal. Ja, komm, let's go. Let's go. Easy. Doppel, Doppel. Yo. Nee, also zusammen hier. Ich weiß nicht, das würde ich irgendwie ein bisschen Schritt überlegen. Der war schon episch. Oh mein Gott, den habe ich gar nicht drauf. War das Bart Twist? Bart Twist Deck Grab? Ich habe keine Ahnung, was das war. Bart Twist Deck Grab? Äh, nee. Das war Benihana Bart Twist Table. Digga, du bist so heiß. Du bist verrückt, man. Nee. Tot! Nee, das ist immer einzig geschafft. Wow. Was denkst du, kommt da noch hin? Ein Basket oder ein Table? Ich glaube, er macht 2-6y Whip-Up warm. Oh, ja. Oh, wo kann der Table Whip her? Alter. Digga, sehr nice. Das ist catchy. Oh, Benihbombs. Oh, oh, oh. Oh, na, 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 na. Danny, warum versteckst du dich hinter der Wand? Ich habe jedes Mal Angst, wenn du fährst. Boah. Er hat kein Vertrauen in dir. Das nehme ich mal als was. Wir sind sketchy-Fahrer. Wirklich? Sketchy-Fahrer. Wee! 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 Awe! Ah, nice. Und ein Brian K-Whip. Er! Irgendwie sehr schön, doch? Okay, haben wir die Backup machen. Yeah! Digga! Astrein! Astrein! Astreine Aktion! Super Glanzleistung! Yeah, man! Oh mein Gott! Spillen! Hab ich mich erschrocken! Von wo kamst du denn? Also, wenn das nicht Street war, dann weiß ich auch nicht. Digga, Anis wollte auch schon wieder was anderes versuchen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch einfach mal auf eine andere Rampe. Nämlich hier auf die Welle. Jetzt kann man voller Jumpbox in die Welle oder halt komplett über die Welle. Ich glaube, wenn Tricks whatever machen, ich würde sagen, wir gehen da mal rüber. Dann dicke Session. So. So. Oh, war das Kottlisch? Ja, Kottlisch. Anis Rewind. Man. Auch widerlich. Boah, erste Line. Nice. Jörja, jetzt der Tee dran. Kick this! From this! Back this! Alter, cool! Bug up! Oh! Oh! Alex macht wieder komische Sachen. Digga, was soll das werden? Oh! Digga! Oh! 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 Also den Letzten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den jetzt sofort total schaffe. Oh! 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 Ich hab jetzt eine Idee, ich weiß nicht, ob du den schon mal gemacht hast, du ziehst die Kürbelbahn hier rüber? Ne, ich hab den damals mal geschafft, ich versuche ihn wieder, boah eklig, guck mal ob er den schafft, ich weiß nicht, der wird safe, von der zweite, von der zweite hätte ich den easy geschafft, ja komplett, jetzt komm, zweiter try, ich zieh durch. Jürgen, ich hasse es, wenn man einfach mal weiß, man hat die Zeit und man zieht sich durch. Ich hasse es, komm, alle guten Lieben sind drei. Er liebt es hinzufallen, ist sein Hobby. Ja, er spielt gerade was ganz anderes, er macht gerade Hall of Meat oder so, keine Ahnung. 1, 2, 1, Mann, nein. Was bringt es, es ist nur Fläten gelandet, es macht ja keinen Spaß. Kannst wechseln. Ui. Dein Lenker sieht bestimmt aus. Hey, check meine Bahn. Hey, warte, was? Ganz gechillt einfach gemacht, first try. Der Transfer war auf jeden Fall eine gute Idee. Da möchte ich jetzt auch nochmal einen Trick drüber. Ja, der war clean. Ja Mann, der war richtig nice. Krass. 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 So, Freunde, das war es auf jeden Fall mit der Session. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auf jeden Fall auch nochmal ein schöner Banger zum Schluss. Freunde, abonniert meinen Kanal, abonniert auch den anderen, check Henry aus, check Kiran aus. Ja Mann, ich habe viele Tricks gemacht. Alex und Danny. Was sagst du? Ich habe viele Tricks heute gemacht. Ja Mann, er war heute Bruder der Kameramann. Ja Mann. Deswegen, Freunde, abonniert meinen Kanal, liked das Video, macht einen Kommentar. Und schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.